Die DRV-News vom 11. Oktober 2024 Säule 2 – Cem am Zug Wenzel kandidiert als Bürgermeister von Haschheim Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Arwein Medical und Dirk Strohschopp Herzlich Willkommen bei den DRV-News Ein paar kleine Vorbemerkungen, geht schnell diesmal Ich habe in der Videobeschreibung zwei Videos verlinkt Von den Jungs von Bavaria Crowd oder so ähnlich Mit denen wir letzte Woche die Klage gegen Bayern eingereicht haben Gegen dieses Cannabis-Gesetz Die haben wir auch mit unterschrieben als Betroffene Bayern Und haben diese Pressekonferenz, die da im Ratzkeller in München stattgefunden hat Jetzt veröffentlicht, allerdings mit so schlechtem Ton, dass die hier nicht wiedergeben mag Und mit dem Hinweis, dass wirklich nur was für Nerds, die wirklich Angst haben, nach irgendwas zu verpassen Und alles wirklich sehen wollen, was passiert auf der Welt Die können sich diese Videos mal angucken Das ist auch mein Statement dabei von dieser Pressekonferenz Und da kann man zumindest mal so ein bisschen sich das Feeling da reinziehen In dem engen Ratzkeller mit den ganzen Presseleuten da Das war eigentlich ganz lustig Auch einfach vom Flair her, fand ich Naja, und es gibt Untertitel, ihr könnt auch einfach einen Ton ausmachen und lesen Oder ihr lasst das sein, auf jeden Fall gibt es das jetzt Zweiter Punkt BSW, da hatte ich ja letzte Woche gesagt, dass ich mal nachgefragt habe Wie denn jetzt so deren Position ist auf Bundesebene nach den Wahlerfolgen im Osten Könnte das ja nochmal eine Rolle spielen Und in den Wahlanalysen zum Osten sozusagen war klar jeweils ja keine Position Die haben nichts im Programm stehen dazu Die beantworten unsere Wahlprüfsteine nicht Und die Spitzenpolitiker vom BSW äußern sich da unterschiedlich Haben auch unterschiedlich abgestimmt zum Cannabis-Gesetz Als das jetzt Anfang des Jahres im Bundestag abgestchlossen wurde Oder abgestimmt wurde Und auf die Anfrage ist eine Antwort gekommen Tatsächlich, ich habe jetzt gar nicht unbedingt mit gerechnet Weil da jede Menge E-Mails sicherlich eingehen Gerade bei denen und die ja immer noch relativ schwache Strukturen haben Wir haben zehnmal so viele Mitglieder wie das BSW ungefähr Insofern kann man sich vorstellen, dass die noch nicht so furchtbar gut aufgestellt sind Organisatorisch und jetzt gerade natürlich alle von denen wissen wollen Ja, wie seht ihr jetzt dieses und jenes Aber die Antwort war auch entsprechend nicht individuell Ja, das hätte genauso gut eine Antwort an Paul Koffer zum Thema Krankenhausreform sein können oder so Die haben nur gesagt, wir kriegen gerade viele E-Mails Ja, und guck dir einfach unser bisheriges Programm an Und wir arbeiten dran Und lass uns in Ruhe so ungefähr Also Handverband hat keine Rolle gespielt in dem Zusammenhang Er hat wahrscheinlich, der Praktikant, der hat da jetzt gerade Macht irgendwie überhaupt nicht gemerkt Und sie haben auch nichts dazu zu sagen Ja, was soll er sagen Außer wir sind noch am Programm dran Aber genau das war ja erstmal der Punkt Dann nochmal klar zu machen allen Weil viele denken, nach diesem und jedem Statement Ist doch dieses und jedes die Position des BSW Nein, die haben keine Position dazu Ja, sonst hätte ich eine andere Antwort bekommen Ich hätte nur ganz gerne schon mal jetzt im Genese-Prozess dieses Programms Sie müssen jetzt darüber diskutieren, was sie wollen Ja, hätten wir schon mal ins Gespräch kommen können mit verantwortlichen Personen Aber so weit sind sie noch nicht Und wahrscheinlich haben die auch keine Person, die dafür sich verantwortlich fühlt So, jetzt Thema der Woche Nochmal Cem am Zug Das wird morgen nochmal ein Tweetstorm werden Hoffentlich mit eurer Beteiligung auf Twitter Gerne auch in allen anderen Netzwerken Hashtag Cem am Zug Oder eben auch entsprechende Inhalte In den meisten anderen Netzwerken Spielt den Hashtag ja jetzt nicht so eine große Rolle Mit den Trends Ja, da rocken wir Twitter Ab Samstag um 10 Bitte Cem am Zug Guckt, was wir machen Bei meinem Verband Ich als Georg Wurt Aber eben auch alle möglichen Leute So, so MeetMob Ja, könnt ihr mal Cem am Zug selber eingeben Gucken, was andere Leute so posten sind Coole Sachen dabei Lasst euch inspirieren Teilt das Schreibt selber Cem am Zug in eure Tweets rein Und lasst uns das nochmal trennen lassen Letztes Mal war das sehr erfolgreich tatsächlich Da haben wir wirklich stundenlang auf Platz 1 gestanden Mit Säule 2 Jetzt Erstmal Cem am Zug Aber eben auch wieder der Hinweis Bitte nicht nur Twittern Ja, X ist nicht alles Sondern auch die anderen Netzwerke Und auch Markierung Von Cem Özdemir Und auch gerne der grünen Bundestagsfraktion Aber jetzt wirklich Fokus auf Cem Özdemir Er steht jetzt quasi Alleine vor dem Tor sozusagen Und kann Cannabis-Modellprojekte umsetzen Ohne großes Theater Mit Bundestagsdiskussionen Wie wir das beim Cannabis-Gesetz hatten Ohne Hürden Wie Bundesrat Oder Europa Er kann einfach per Verordnung jetzt sagen Okay Die Behörde ist bestimmt Die nimmt die Anträge entgegen Besorgt sich noch zwei Stellen dafür Ja, Haushaltsberatungen sind ja gerade Meldet er noch zwei Stellen an Der Weg zur Säule 2 War noch nie so leicht wie jetzt Es ist nur ein kleines Schrittchen noch zu gehen Und zwar von Cem Özdemir Der muss jetzt sagen Alles klar Ich mach das Ja, Lauterbach Offensichtlich will nicht mehr Das ist erledigt Auch wenn er das offiziell noch nicht gesagt hat Und es ist aber auch letztendlich jetzt Die persönliche Verantwortung von Cem Özdemir Ob die Grünen jetzt diese Chance ergreifen Das Thema Cannabis-Legalisierung für sich entdecken Oder für sich auch nochmal beanspruchen Ja, ist ja ein grünes Thema Und er steht jetzt alleine da sozusagen Und kann sagen Alles klar, ich mach das Ja, oder eben Ja, nö Ich dug mich weg Ja, das ist mir jetzt zu anstrengend Irgendwie gegen interne Widerstände Da jetzt irgendwie so einen Beschuss herbeizuführen Und einfach zu sagen Leute, wir machen das jetzt Ja, das ist natürlich auch eine Überwindung Die er da braucht Und deswegen braucht er positive Motivation Ja Noch ist er im Prinzip Derjenige, der gut aufgestellt ist Er ist ein Legalizer Er hat sich oft schon für Cannabis-Legalisierung ausgesprochen Und man kann schon davon ausgehen Dass er das persönlich eigentlich auch will Ja, und von daher Beschimpfen ist noch nicht angesagt Sondern positive Motivation sozusagen Schimpfen können Aber wenn er das nicht macht am Ende Dann schimpfe ich auch Aber vorerst Hoffe ich doch mal noch Ja Jetzt mal zeigt, was er kann Und einfach sagt So Leute, alles klar Lauterbach hat fertig Ich mach das jetzt Der muss die Verordnung in Kraft setzen In der steht Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE Ist zuständig für Anträge Forschungsanträge Modellprojekt Cannabisabgabe Und es gibt seriöse Klar ist, okay Das ist der Weg Am Antrag an das BLE An die BLE Die Bundesanstalt Und kann losgehen Ja Also es ist wirklich Nur noch ein ganz kleiner Schritt Und wir haben Und top auf das Cannabis-Gesetz Obendrauf sozusagen Dann eben auch noch Zumindest ein Einstieg In die legale Abgabe von Cannabis Können zumindest anfangen Die Sache rund zu machen Weil ja alle sich einig sind Okay Da fehlt noch ein bisschen Angebot Ja Um den Bedarf auch zu decken Von dem ganzen legalen Cannabis-Konsum Den wir jetzt hier haben Eigenanbau-Clubs sind schön Senken auch den Schwarzmarkt Schon eine ganze Weile Ein ganzes Stückchen Aber eben nicht so weit Wie mit Fachgeschäften Möglich wäre Abgesehen vom Verbraucherschutz Ja natürlich mit dran hängt Ja Und gute Auswahl Und so weiter Ja Auch damit Muss man Rechnen Wenn man den Schwarzmarkt Wirklich verdrängen will Cem Özdemir Steht jetzt da Muss ich entscheiden Ob er macht oder nicht Also bitte alle nochmal Cem ansprechen Die Grünen ansprechen Die vor Ort Die persönlichen Abgeordneten Es kann noch klappen Soviel dazu Samstag ab 10 Uhr Auf Twitter Und überall auch sonst An der Haustür Ihr könnt ja mal im Büro der Grünen Vorbeigehen Bei euch vor Ort Wie auch immer Das wird relativ bald entschieden Das ist schon ein bisschen Showdown mäßig jetzt Ja wenn damit nicht bald Punkt Bin nicht bald passiert Dann Ja Können wir Säule 2 vergessen Und die Sache bleibt halbfertig Im Rohbau stehen So Dann haben wir weitere Genehmigungen Für Anbauklubs Das wird langsam wirklich Unübersichtlich Wird Zeit Dann nochmal irgendein Medium So ein Übersichtsartikel macht Und systematisch bei allen Behörden nachfragt Erzählen wir jetzt nicht unbedingt Das ist unsere Aufgabe Er macht sowieso Irgendein Medium dann Und wir zitieren das dann hier Uns geht es mehr um die Rahmenbedingungen Die da Eine Rolle spielen Und wie unterschiedlich Die Behörden sich verhalten Aber hier erstmal nur die Info Dass praktisch jede Woche neue Infos reinkommen Über neu genehmigte Anbauvereine Da haben wir zum Beispiel Den CSC Versen in Uelzen Oder im Kreis Uelzen Die haben angerufen Und will den Club Und will den Club da nicht haben Und der Club da nicht mehr Und der Club da nicht mehr Übrigens auch noch nach Sponsoren Er hat die Genehmigung schon bekommen Obwohl er gar keine fertige Finanzierung hat Offensichtlich Auch interessant Und was auch interessant ist An dem Detail Dass der sagt Der Betreiber Er sucht sich jetzt einen anderen Ort Wo er mehr willkommen ist Als in Neichen In der Verbandsgemeinde Kehlberg In der Vulkaneifel und er braucht keine neue Genehmigung dafür, sagt er. Er kann sich einen anderen Ort suchen, ohne eine neue Genehmigung zu bekommen, mit der bestehenden Genehmigung. Das hat mich gewundert als Information. Bin gespannt, wie da die Sache weitergeht. Und dann haben wir den ersten genehmigten CSC in Sachsen. Da habe ich euch einen Artikel in die Beschreibung gepackt, der leider eine Paywall hat, wo gar nicht steht, wo denn jetzt eigentlich dieser Club ist. Es gibt auf jeden Fall jetzt einen in Sachsen. Und ich meine, ich hätte an anderer Stelle irgendwo gelesen, das gehört jetzt zwar, aber das ist ohne Gewehr. Dann haben wir NRW nochmal. Da ist Münster jetzt als nächstes dran gewesen. Der erste Club in Münster ist genehmigt. Und dann haben wir auch noch einen in Werl, der heißt Soest, der heißt Grüne Wiese, der Club. Und da kommt noch die Information dazu, dass insgesamt 18 Anträge im Regierungsbezirk Arnsberg in NRW eingegangen sind, von denen drei genehmigt worden sind. Also alleine im Regierungsbezirk Arnsberg und NRW hat mehrere Regierungsbezirke regional aufgeteilt, zuständig für die Anbauvereine. Also sehr wahrscheinlich gehört Münster zum Beispiel nicht dazu, nehme ich an, weiß nicht genau. Es werden schon mehr als drei in NRW sein. Gericht danach hat man langsam an die 20er-Schwelle rankommen, sozusagen insgesamt in Deutschland. Vielleicht haben wir das schon überschritten. Wird Zeit für die nächste Übersicht. Dann haben wir noch Negativnachrichten sozusagen, da es jetzt zumindest auch pressemäßig besteht, immer noch Bundesländer gibt, die keinen einzigen Anbauverein haben. Gibt es natürlich noch einige, aber in Sachsen-Anhalt stand es jetzt mal in der Zeitung. Die haben noch keinen Anbauclub genehmigt. Und dann kann ich nochmal von Berlin berichten. Da gibt es ja tatsächlich einen schon, der genehmigt worden ist. Aber es gibt ja diesen Zuständigkeits-Hickhack hier. Berlin hat immer noch nicht endgültig festgelegt, welche Behörde zuständig sein soll für die Anbauvereine. Man hat sich jetzt irgendwie darauf geeinigt, dass das Landesamt für Gesundheit und Soziales sein soll. La GESO, Riesenladen. Aber die Vorordnung dafür ist das jetzt noch nicht fertig. Das kommt dann irgendwann mal. Aber sie haben schon Personal ausgeschrieben für diese Stellen. Also ich glaube vier insgesamt oder so. Zwei habe ich noch online gefunden. Die habe ich verlinkt. Vielleicht hat ja jemand Lust, irgendwie den Laden da auf Vordermann zu bringen. Die suchen auf jeden Fall nach Leute, die sich mit den Anträgen der Anbauvereine befassen. Das heißt, das dauert noch eine ganze Weile, bis dann jetzt wieder der Nächste genehmigt wird. Und der eine ist nur genehmigt worden, weil ein vielfiger Bürgermeister irgendwo in Marzahn gesagt hat, ey, ich habe hier einen fertigen Antrag liegen. Ja, der ist super. Das kann ich jetzt nicht bringen, den jetzt ans La GESO abzugeben. Und dann dauert das weitere drei Monate. Den genehmige ich noch eben, bevor die Zuständigkeit abfließt sozusagen zum La GESO. Also kleiner Schildbürgerstreich sozusagen für einen CSC, der Glück gehabt hat. Alle anderen müssen jetzt noch ewig warten, bis der La GESO da seine Verordnung hat und irgendwie Personal eingestellt hat. Also da ist Berlin, wie üblich, sehr, sehr langsam eben Dinge organisieren. Denn CDU hat mal wieder nochmal klargestellt, dass sie das Cannabis-Gesetz unbedingt zurückdrehen wollen. Und haben einen Antrag im Bundestag tatsächlich jetzt schon eingebracht, einen Entschließungsantrag, das Cannabis-Gesetz zurückzudrehen. Zwar nicht einzeln, sondern eingebettet in ein anderes, einen großen Entschließungsantrag zum Thema Bürokratie-Entlastungsgesetz. Das ist ja gerade im Bundestag offensichtlich Thema, wird da irgendwie besprochen. Und da haben sie den Antrag zu eingebracht, mit vielen Punkten, über zehn Punkten, was sie da alles noch dran geändert haben wollen und wie sie jetzt denken, wie es Bürokratie noch abgebaut werden könnte. Und an Platz eins von diesen über zehn Stellen ist unter anderem auch das Zurücknehmen des Cannabis-Gesetzes dabei. Also, jetzt schon hat die CDU einen Antrag laufen, das Gesetz komplett zurückzunehmen, euch wieder zu kriminalisieren, wieder 180.000 Strafverfahren im Jahr durchzuziehen für die Polizei und das ganze Gedöns dann bei den Staatsanwälten auf dem Schreibtisch abzuladen, die dann nicht viele Verfahren wieder einstellen, andere vor Gericht bringen, bla bla. Und sie meinen, das wäre ein super Beitrag zum Bürokratie-Entlastungsgesetz. Ich muss natürlich zugeben, dass das Cannabis-Gesetz selber auch ein Bürokratiemonster tatsächlich ist. Ja, das ist auch das Erste, was ich denke, wenn die sagen, sie machen Bürokratie-Entlastungsgesetz auf der einen Seite und man muss im Hotel irgendwie seine Daten nicht mehr angeben, wenn man übernachtet. Aber dann stellen sie daneben so ein Cannabis-Gesetz zusätzlich auf, wo vollkommen irrsinnige Bürokratie drinsteht. Insofern ist der Gedanke auch nicht ganz abwegig. Aber die Zeiten davor waren jetzt auch nicht gerade entlastend für Polizei und Justiz. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema sind, die CDU und kommunale Behörden und Politiker wollen CSCs verhindern. Das hatten wir ja gerade eben in der Vulkaneifel. Da haben wir ja noch den älteren Fall, den ersten und bekanntesten vielleicht, nämlich in Aschheim oder jetzt neuerdings Haschheim genannt, wo die ganz schnell von der Politik aus noch dem Wenzel Civerny, dem knorrigen Aktivisten aus Bayern, Unternehmer, einen Minispielplatz hingestellt haben, in der Nähe von da, wo er seinen Anbauverein aufmachen wollte, wo er anbauen wollte und gesagt haben, Edge-Batch geht nicht, ja, du musst den Mindest einhalten. Es gab schon viele Retourkutschen und viele findige andere Geschichten, die Wenzel da durchzieht. Aber jetzt ist der nächste Clou, er will jetzt oder hat schon jetzt durchgezogen, angemeldet, seine Kandidatur als Bürgermeister in Haschheim. Ja, also Wenzel Civerny könnte jetzt Bürgermeister von Haschheim werden und kann dann das Schaukelpferd wieder wegmachen. Da kann er seinen Klub machen und einen vernünftigen Spielplatz woanders hinbauen und er sagt, er will irgendwas mit Nahverkehr wieder verbessern und so weiter. Aber auf jeden Fall lustige Retourkutsche, die stellen ihm das Schaukelpferd vor die Nase und er kandidiert als Bürgermeister. Lustige Posse, wie immer PR kann er gut, das muss man ihm schon lassen. Dann Kaiserslautern, sind wir nochmal bei einer Kommune, die am Rad dreht und ganz viel verbieten will, jetzt auf einmal wieder. Und ausgerechnet Kaiserslautern. Wir haben Kaiserslautern schon mal hier gelobt an der Stelle, auch in sozialen Medien vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Monaten oder so, als diese Welle losging, dass viele Kommunen auf Veranstaltungen und Events und so weiter Cannabiskonsum verhindern und verbieten wollten, bei Volksfesten, Schützenfest, Kirmes und so weiter, wo Kaiserslautern herausgestochen ist, dadurch, dass der Stadtrat gesagt hat, nö, wir halten das nicht für notwendig, wir beschließen kein solches Verbot. Das war ein richtig schönes Positivbeispiel unter lauter Negativbeispielen. Aber jetzt hat auf einmal Kaiserslautern eine Verordnung erlassen, in dem der Cannabiskonsum rund ums Rathaus in irgendwelchen schmuddeligen Gegenden oder so, soll der Cannabiskonsum verboten werden und wieder Recht und Ordnung durchgesetzt werden da in der Stadt und so weiter. Also irgendwie hat jetzt Kaiserslautern da eine 180-Grad-Wendung gemacht, wobei ich mir nicht sicher bin, ich denke, das ist auch ein Konflikt zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung, weil diese Verordnung jetzt, die kommt von der Stadtverwaltung. Und das hatte ich letztens hier schon mal in der vorletzten Ausgabe oder so für Bad Zwesten oder so ähnlich, wo die sogar noch nicht mal diese Verordnung veröffentlicht haben, wo die einfach gesagt haben, das ist jetzt verboten alles und da und da und haben eine Karte rausgegeben und so weiter. Aber den Beschluss selbst haben sie gar nicht gezeigt, weil sie gesagt haben, das hat jetzt der Gemeindevorstand beschlossen, also die Stadtregierung sozusagen und die tragen geheim. Verbot mal eben so geheim beschlossen in der Exekutive sozusagen. Und ich glaube nicht, dass das sich decken lässt mit der Gemeindeverordnung in Hessen, war das. In dem Fall hier sind wir aber ja in Rheinland-Pfalz. Und da habe ich noch nicht dazu gekommen, mir da auch noch die Kommunalverordnung gesetzt und so weiter anzugucken. Wir haben auch keine DAV-Ortsgruppe in Rheinland-Pfalz. Von daher, ja, Feuer frei an alle Kommunalpolitiker in Kaiserslautern, alle Medien in Rheinland-Pfalz. Guckt doch da mal drauf und schaut mal, ob wirklich tatsächlich das Rathaus, die Stadtverwaltung die Macht hat, so ein Verbot von Konsum in der Öffentlichkeit ohne den Stadtrat zu erlassen. Ja, das halte ich für äußerst tragwürdig. Beschwert euch da, ja, das kann so nicht laufen. Dann haben wir Ortsgruppenfunk schon. Das ging jetzt flott, sind wir schon fast am Ende. Der DAV Thüringen hat eine kleine Demo gemacht zum Anlass von Markus Söder, der in Suhl angesagt war, groß plakatiert wurde und so. Markus Söder, komm nach Suhl, super Sache. Und die haben gesagt, super, nochmal eine Demo gegen Markus Söder. Ein paar Bilder dazu im Hintergrund. Und da muss man natürlich daran denken, dass heute zufällig, wie wir gesehen haben, Markus Söder Rücktritt. Söder Rücktritt am Trennen ist auf Twitter. Auch interessant. Da haben wir gleich mitgespielt, weil wir haben gute Gründe, den rückzutreten. Aber passt auch zur Demo hier in Suhl. Nachher muss ich mal gucken, was Söder überhaupt verbrochen hat, da er jetzt heute trendet. Dann haben wir UG Darmstadt Ortsgruppe. Die haben als Teambuilding-Maßnahme, waren sie mal, haben sie mal was anderes gemacht, als ein Infostand und sind in die Natur gegangen. Tolle Bilder dazu, kriege ich sofort wieder Lust mitzuwandern und so. Wir haben eine Kräuter- und Pilzwanderung gemacht, unter anderem Fabian Steinmetz mit dabei. Und haben viel Spaß gehabt, zwölf Leute und hatten einen heiteren Tag. Und haben Bock auf eine Wiederholung, hat wohl Spaß gemacht. Wunderbar. Also wäre ich gerne dabei gewesen. Ortsgruppe München. Jetzt nochmal große Aktion. Ja, Infostand auf der Wiesn Oktoberfest ist ja gerade zu Ende gegangen. Da habe ich letzte Woche was davon erzählt. Und die waren sehr zufrieden, hatten also tausende von Besuchern natürlich an sich vorbeiströmen und haben viele gute Gespräche geführt und so weiter. Und ein besonderes Highlight war der Tag der deutschen Breitheit, wo aus etlichen anderen Ortsgruppen noch Leute mit dabei waren, mitgeholfen haben, mit am Stand gestanden haben und Spaß hatten da. Und sie haben auch zum ersten Mal am Infostand THC-Messungen gemacht mit so einem mobilen Messgerät. Und auch das natürlich dann sehr attraktiv. Jetzt dürfen ja lauter Leute am Stand vorbeilaufen mit illegalem Gras in der Tasche und können ja mal testen, wenn sie schon auch mal Oktoberfest nicht rauchen dürfen, können sie wenigstens testen bei unserer Ortsgruppe. Ja, und das war es bis auf die Termine. Da haben wir noch Termine in Heidelberg. Infostand der Ortsgruppe am 12.10. Am 15.10. Trittsche Ortsgruppe in Berlin. Vortrag in der Volkshochschule Dortmund. Und am 17.10. Verantwortungsvoller Substanzkonsum. Safe for use. Und das macht, glaube ich, auch tatsächlich eine städtische Präventionsbeauftragte da. Kann man sich ja mal reinziehen. Ich selbst bin am Start beim ADAC Nordbayern. Die haben mich eingeladen. Ja, das klingt so ein bisschen nach Höhle der Löwen. ADAC eher recht konservativ. Auch bisher irgendwie aufgestellt gewesen, was diese ganzen Grenzwertfragen angeht. Aber die machen sich scheinbar auch jetzt locker. Auf jeden Fall haben sie mich eingeladen. Das ist ja schon nicht schlecht für den Anfang. Und da kann jeder teilnehmen. Dann richtet sich wahrscheinlich an interessierte Verkehrspsychologen und sonst Verkehrsexperten. Verkehrspolizisten und so weiter. Aber ADAC ist ja letztendlich auch eine Autofahrervertretung, Interessenvertretung. Und jetzt nicht unbedingt MPU-Mafia oder Polizei oder irgendwas. Und fast jeder ist Mitglied im ADAC. Wahrscheinlich viele von euch auch. Und wenn ihr in Nordbayern hockt und Mitglied im ADAC seid, seid ihr bestimmt angesprochen. Ich glaube, kostet allerdings 30 Euro oder was. Das ist ein Samstag, 19.10. Ja, bin gespannt, wie viele Liegeleiser da rumlaufen und wie viele Supporter sozusagen. Und dann haben wir in Halle das Danke-Ernt-Fest mit Samen-Verschenk-Aktionen. Aber jetzt erst habe ich eben so wegkopiert und habe gar nicht gesehen, dass es nicht Ernt-Dank-Fest, sondern Danke-Ernt-Fest ist. Sehr schön. Und sie verschenken schon wieder was. Ja, Ortsgruppe Halle sind die großen Verschenker. Diesmal Samen, 19.10. Infostand in Halle. Und zuletzt in Darmstadt gibt es die Clean-Up der DAV-Ortsgruppe. Ich nehme an, das ist wieder so ein Clean-Up-Day, wo alle Bürger von Darmstadt Zigaretten stummeln einsammeln und Bum-Bum-Papierchen von unserer Ortsgruppe mittendrin. Was für die örtliche Gemeinschaft tun und schön sauber machen in Darmstadt. Die fleißigen, sauberen Hänflinge. Und ja, das war es soweit für heute. Hier könnt ihr schon mal erwähnen, dass ihr mal Fördermitglied beim Handverband werden könntet. Ja, damit wir auch ein bisschen vorwärtskommen, haben wir einiges zu tun. Abonniert den Kanal, drückt die Glocke und liked dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen Gruß am Abend. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020